Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Ne, heute nicht Also, 9 15 Gürteltaschen Der heißeste ZDF hier am Start In dem Spiel Super, das war natürlich Das hat sich doch genommen Okay, schauen wir nochmal Eine Etage höher Carlos, das Stars Büro ist gerade aus Verstanden Ja, ich weiß nicht, ob ich in das Stars Büro rennen will Irgendwie, wo ständig Nemesis irgendwie durch die Stadt schleicht und Alles Schreit Okay, wir haben uns wohl durchbomben müssen Oder Schätze, wir tun es auf die explosive Tour Okay, aber das ist kaputt oder was Oder wie Okay, steckt es halt einfach nur ein Wahrscheinlich braucht man ein anderes Oder halt ein Einmal ein Fernseher oder so Ja Wissen wir nicht Dadurch, dass wir natürlich so ein Faible für Grünpflanzen haben Nehmen wir natürlich alles mit Jede verkackte Zimmerpflanze packen wir hier ein Okay, Stars Büro Aber da kommen wir nicht hin Tja, dann müssen wir wohl Nach oben gehen Ja, okay Hier würde ich mich mal fragen Wer zieht hier eine Palette hin? Ein Schlüssel Der könnte doch hier unten sein, oder? Die Knurz und die Knarze Ach Mann, Alter Wozu muss ich denn hier bitte Mit der linken Maustaste hier Einen abmäschen Irgendwie, wenn er mich tutzen kriegt Ist doch scheiße Was ist da abkürzungen? Oder was? Ich weiß ganz genau, dass irgendwann Bestimmt dieser Drecks Licker hier aufstehen Ja, als Ne? Ja, sag doch danke Hellseher Hellseher Ah, diese Mistfecher So, was macht's Okay, fahren wir noch ganz kurz Risiko Aha ACM Ist klar Wie soll ich denn hier Beste Beste Hier Ah, cool. Na dann. Oh, jetzt halt mal. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir die 109. Hier haben wir die erstmal. Da war eine Granate drin. Die holen wir uns. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Ruhig aus. Was haben wir denn hier vorne? So, 102 ist jetzt relativ sch... Hier ist noch eins zu. Aber die zwei fehlt auch. So, die Frage ist, haben wir jetzt hier vorne noch irgendwo etwas drin? Hier haben wir noch die 104. Und da ist eine Batterie. Eine Dura-Zäh. Eine Dura-Zäh. So, okay. Na, und... Machst du das Ding. On the rope, ey. Alles klar. Meins. Meins. So. Okay. Ja, glücklich. Ich muss mal ganz kurz auf die Map gucken. Okay. Hier in der Etage war noch ein Spind, ne? Ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komm zu dir. Verstanden. Okay. Also nicht. Dann also eine Höhe. Okay. Okay. Cool, 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 cool. Äh, dann können wir vielleicht das nicht benutzen. Ja, okay. Alles klar, alles klar. Moment mal. Okay, naja, summe bloß auf. Okay, ich dachte, man kann vielleicht, äh, ne, jetzt hier einen Timer anstellen. Aber, okay. Na gut. Also, die Duschwand zu stören. Na, schnell, Nick. Okay, na, setz doch mal viel Vertrauen in mich hier in die Duschwand da. So, hier waren jetzt eine ganze Menge. Okay, wahrscheinlich hätte ich auch eine gut platzierte Hand krank. Eine gut platzierte Hand. Was? Ah, noch am Leben, ey. Und? Hundertpunkte für den Dialogschreiber. Ohne Anklopfen kommt hier keiner rein. Erste Hilfespräge, sehr geil. Stromiwehr, okay. Schön. Oh, wieder. Ah, fuck. Ich hab die Viecher, ey. So, jetzt mal Zeit für eine Limo. Code drinken. Okay. Oh, das ist auch alles echt unheimlich ausgelöchtet hier. Okay. Dr. Barth. Oh, Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schicke einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen alle ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich seh mal dem Computer nach und schau, ob ich den Dock orten kann. Ja, echt? Jetzt hast du halt im Eden-Chase... Das wird halt was dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Du bist mir ja echte Hilfe, ey. Die erste Hilfespray. Nimm mal. Rotes Kraut. So, weil wir hier sind wahrscheinlich reingekommen. Ist das Jill da vorne? Ja. Bericht über den Wühlen-Zwischenfall. Dieser bizarre Vorfall erhalte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Ackleybergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen. Aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren fünf Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wohnen alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Ja, so schaut's mal aus. Was haben wir denn noch? Auch mal eine Blendgranate? Was haben wir hier? So, Brad. Lass mal mal eine Karte zücken. Noch der Stromgewehr-Munition. Ansonsten kommen wir an nichts weiteres hier ran. Und auch noch nichts weiteres drin. Ich würde ja sehr gerne mal an diese Jacke, glaube ich, da ran irgendwie, weil du konntest, glaube ich, in Teil 3 damit interagieren. Und mit der Gitarre. Glaube ich zumindest. Also das ursprüngliche Resident Evil 3 nimmst es. Ja. So. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, kann ich jetzt wieder raus, oder? Ja, was ist? Entleist? Jemand verletzt? Jill? Ach, scheiße. Halt was? Was? Jill? Jill, was war das? Sag was! Sieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bad. Ich Numo! Ich habe mich um Bad. Was ist denn? thin, ja 달라 für dich. Ich Bruno,